Ich finde die Helm-Frisur, die die Emus angefangen haben, uncool, geht gar nicht. Da bin ich wahrscheinlich zu alt. Ich finde, wenn man sich am Morgen entscheidet, Frisur oder Käppli, und dann sagt ich will beides, macht eine Frisur und legt nachher über das Käppli drauf, finde ich auch gar nicht. Crocs, komische alte Brille, die man zum Velofahren anlegen sollte, wo man sagt, es ist nur, weil die Sonne scheint, und so weiter. Und, was ist es gewesen, was hat man nur an bei Durchfall? Hosen in den Socken, nur bei Durchfall, sonst nicht. Ausatmen Vielen Dank.